Heute habe ich mal den etwas anderen Tischgrill für Sie ausprobiert. Das Gerät braucht nämlich keine Kohle, es funktioniert mit Strom, lässt sich natürlich drinnen und draußen gebrauchen. Das Gerät ist 38 cm x 26 m groß, jedenfalls was die Grillfläche betrifft. Die Geräteabmaße sind 54 x 41 x 17 cm. Das ganze Ding hat, wie Sie unten sehen, 1500 Watt. Der Gerät ist ausreichend stark dimensioniert und das sorgt halt dafür, dass der sehr, sehr schnell und gut heiß wird. Sie sehen, da eine Glasplatte aufgeklappt, das ist auch so eine Besonderheit von dem Gerät. Man kann quasi so ein bisschen damit garen. Hier haben wir mal die Glasplatte abgesenkt, so wird sie im Betrieb aussehen. Sie sehen links die Fläche, die ist leicht geritzt sozusagen. Darunter befindet sich noch eine Wanne, wo man also Fleisch drauf garen kann. Rechts die glatte Fläche, eignet sich natürlich für Gemüse und man könnte auch dort Fleisch drauf braten. Nur, das ist halt links ein bisschen komfortabler, kann das Fett runter tropfen in die Tropfwanne. Dort ist der Glasdeckel abgesenkt. Das Gerät sieht auch von vorne ganz gut aus mit einer Edelstahlfront. Hier haben wir nochmal die Schale drinnen, die wir jetzt gleich mal rausnehmen werden, um da runter zu schauen. Und das ist die eigentliche Tropfschale aus Alu, die man bis zur Markierung mit Wasser füllen sollte, damit es nicht festklebt. So sieht das nackte Gerät aus. Ein absolutes Plus, dass man das so toll auseinandernehmen kann, auch zum Saubermachen. Die Grillfläche habe ich mal für Sie umgedreht, damit Sie erkennen, wo die Heizschlangen entlang laufen. Die verteilen die Hitze ganz gut und vor allen Dingen wird das also sehr, sehr schnell ausreichend heiß. An der Seite sehen Sie das Schwarze, das ist da, wo jetzt der Stecker drinsteckt, ist das Teil. Und wenn dieser Stecker drinsteckt, kann man auch diese Schale quasi nicht entnehmen, die ist dadurch gesichert. Und das Gerät arbeitet mit fünf Heizstufen, mit Thermostat. Hier auf der Heizstuhle 2 sehen Sie es unten, das Licht an, also das ist an. Dann habe ich das ein wenig zurückgedreht, ist auch dann sofort aus. Also es wird also nicht immer die wirklichen 1500 Watt benötigen. Tolles Gerät, sieht gut aus, kann man viel mitmachen. Schimpfe zwischendurch, leicht zu reinigen, wirklich volle Empfehlung und 5 Sterne. Vielen Dank. Vielen Dank.